Guten Abend, ich war jetzt völlig versunken in dieses Buch. Ein faszinierendes Buch über Schatten. Schatten in der Wissenschaft, in der Philosophie, in der Kunst. Sie helfen uns, Dinge zu erkennen. Begleiten Sie mich auf ein Experiment. Untertitelung. BR 2018 Warum haben wir so große Angst vor Schatten? Ohne sie würde die Welt an Tiefe und Textur verlieren. Sie wäre nichts anderes als eine Scheibe. Ohne sie, wie könnte ich wahrlich deine Sicht sehen? Diese sich immer wandelnden Landschaft aus Gedanken und Gefühlen, in der sich meine Träume, mein Verlangen widerspiegeln. Wie können wir ohne unsere Schatten einander erkennen und blieben? Was ist, was ich? Wie können wir die Träume machen? Wie können wir das heute? Was ist das?